was macht er da let's go epischer siegmann genau so wir haben ihn gesmackt bruder kapitel 3 season 4 let's go baby rudi kannst du mir erklären aber was hier neu ist okay nice oh mein gott bei mir ist close einer up ihn down ist noch einer close bei mir let's go man start genau so da ist noch einer wo ich hinschieße bro direkt hier am wasser let's go man ich hab keinen uni mehr fuck aber ich summle dir alles gut ich hab keinen uni ja perfekt danke kuss sehr sehr gut wir haben zwei schüsse wir können jetzt in der base äh in den bunker gehen komm mit komm mit oh mein gott ist das neu ich drücke ne einer fehlt noch den hast du einfach den goldenen tresor gefunden oh die zone kommt aber ne mach die scheiße auf oh mein gott oh mein gott ich bin überfordert ey wir müssen los wegen der zone ja ist ja auch ein jungen ich hab den let's go ja fuck ich bin low der kommt wieder stark sehr sehr wichtig hinter uns ja aus dem haus schießt einer ich puste mit der auto ich puste mit der auto let's go einer tot darf ich die pampere mitnehmen ich höre hier bei mir noch ein let's go man ich krieg irgendwo hits ab ach da hundert und noch was alter wie geil ist das denn der sniper hat schmallert hab ihn genau so man boah digger alter der allerechte ab wo er idee ihr habt ein problem mit mir ihr habt euch genau den falschen gegen ausgesucht so gut aufgeräumt hier ist geil man macht das spock schmallert und zonendirekt zonendirekt ach du scheiße ja wir haben uns aber es hat heilung ich hätte heilung also hier 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 nehmen wir was ist das wie so ein schleim ist ah auf uns ist muss jetzt einfach auf dich hinwerfen auf mich werfen ja dann kommt die farbe und man muss leben alter wie krass ist das denn weh zum block werden let's go boah das ist ein speed der jetzt kommt wo du das was er episch gekommen also wenn du einen epischen sieg kust dann kommst du halt den sieg ist er gleich nice der ist in der zone die können wir holen 100 gedrückt und tot ich hab ihn hier ist noch einer bei mir hält mir ja ja let's go genau so man let's fucking go ist hier ein bei der tankstelle der hat mich gesehen let's go hab ihn ein richtiger sniperino könig ja auto links vorsicht kein muni mehr für sniper kommt komm her 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 ja ja kuss ja krass komm her ja danke jetzt hole ich die ja ja komm her Kümmerst du dich um die Seite? Ich kümmere mich um die Sätze. Einer ist slow, einer ist slow. Wenn ich das hinter uns wäre, wäre ich gekommen, ne? Du sagst es. Ja, wir müssen weg, wir müssen weg, das ist echt zu gefährlich. Star, wichtig. Neun Kills als Team, stark. Lass sie bleiben, lass sie bleiben, hab ich jetzt gedacht. Komm hier rein, komm hier rein. Ich sehe einen wieder. Zwei. Wer hätte auch die. Was, der hat nen Headshot verpasst? Das hat dir ja nie kommen. Der eine heizt, der andere kommt langsam, aber das musst du schaffen. Du musst weg Waffe holen. Die pushen, die pushen. Die pushen, die pushen, die pushen. Ich hab einen Schuss. Bro Sondern den Motto? Okay Da nichts Was macht der da? Le- Let's go Epischer Sink, man Genau so Wie hab ich den gesmackt, Bruder? Sag, man Let's go, man Epischer Sink